Herzlich Willkommen in mein venezianisches Liebesorakel, ein Wunschpartnerorakel im Zeitraum von 27. November bis 3. Dezember 2017. Wir schauen mal die Bilder an. Die eine Seite betrifft eure Situation. Ich nenne das als Ich-Seite. Ich habe gerade gezeigt. Das ist das Ich-Seite. Gegenüber liegt euren Wunschpartner. Das ist die Du-Seite oder Wunschpartnerin natürlich. Wir fangen an in Ich-Seite. Also betrifft eure jetzige Situation und das sind die Karten in die Mitte. Die drei Karten euren jetzigen momentanen Situation. Die erste Karte bedeutet, handelt ihr mit Verstand oder betrachtet ihr noch etwas ganz genau? Es ist noch eine Warteposition. Also handelt noch nicht und betrachtet die Ereignisse auch mit Verstand. Diese Karte bedeutet auch offen zu sein und Ehrlichkeit. Die zweite Karte zeigt schon die Zuneigung, die Begegnung, die Kontakt. Also es ist jetzt momentan schon zum Erwarten. Das ist die Karte in der Mitte. Ihr bekommt einen Besuch oder habt ihr einen Kontakt. Ihr bekommt Zärtlichkeit, eine Zuneigung. Es kommt alles in Ruhe. Da sind schon die Kontakte. Und die dritte Karte, was auch euren jetzigen Situation betrifft. Ihr habt eine große Anziehungskraft. Ihr strahlt etwas aus. Das ist die dritte Karte. Es ist sehr romantisch. Ihr könnt euren Vorstellungen leben und habt ihr eine große Anziehungskraft gerade. Jetzt übergehen wir auf die Du-Seite und es betrifft euren Wunschpartner oder Wunschpartnerin. Wo befindet er sich momentan? Und da schauen wir auch die drei Karten an in die Mitte. Das sind diese drei Karten. Diese erste Karte bedeutet Vorschläge, Mitteilungen, Gespräche oder Erklärungen. Es kann sein, dass hier um die finanzielle Situation handelt. Die zweite Karte in der Mitte bedeutet Glück, aber noch nicht ins Ziel angekommen zu sein. Das ist die Brücke. Er ist gerade noch in dieser Übergangsphase, aber es geht alles in die richtige Richtung. Und die dritte Karte zeigt schon die Bewegung. Aber diese Bewegung ist noch sehr langsam. Das ist diese dritte Karte. Und vorsichtig. Er überprüft noch etwas oder schaut etwas noch an. Kommen noch Gefahren? Worauf soll ich achten? Das ist momentan seine Handlung. Natürlich, wenn es um Wunschpartner handelt. Jetzt schauen wir die obere drei Karten wieder an die Ich-Seite, was eure Situation betrifft. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Oder welche Richtung soll es weitergehen? Diese erste Karte, was ich gerade gezeigt habe, zeigt alte Verletzungen. Schmerz, Erinnerungen, alte Verletzungen. Aber die zweite Karte, hier in der Mitte, erscheint auch schon. Das heißt Gefühle. Das ist Wasserelement. Hier erscheint auch die Brücke. Also ihr seid in dieser Bewegung, dass ihr verabschiedet von diesen alten Verletzungen. Bekommt ihr Gefühle und Aufmerksamkeit. Und die dritte Karte zeigt das schon an. Und das bedeutet, jemand zeigt Interesse an euch. Oder dieser Wunschpartner ist da und berührt euch. Worüber soll er Gedanken machen? Worüber soll er Gedanken machen? Die erste Karte habe ich schon gezeigt. Ihn kränkt etwas. Oder ist er gerade krank? Die Karte in der Mitte, was ich gerade zeige. Er möchte noch etwas festhalten. Und das ist die Münze. Also die Finanzen. Aber hier erscheint auch die Brücke. Das heißt, er verändert sich. Und die dritte Karte zeigt schon die Lösung an. Er soll an seinen Gefühlen hören. Und er wird klare Entscheidungen treffen. Und er hört auch auf seinen Gefühlen. Die unteren Karten sind die Karten, was man gerne verdrängt, was man noch nicht wahrnimmt. Das ist noch nicht sichtbar. Und wir schauen an, in eurer Situation. Das bedeutet, dass ich seite genau die drei Karten unten. Die erste Karte ist eine Kutsche. Also es ist etwas in Bewegung. Es ist zum Erwarten, dass ihr auf die Reise geht. Oder habt ihr eine Einladung. Und es zeigt die zweite Karte schon an. Es kommt etwas. Es kommt etwas auf euch zu. Und es ist eine Einladung. Die dritte Karte, so ist besser. Es ist jetzt alles sichtbar. Die dritte Karte in die untere Reihe ist ein Fest. Und diese Reiter in die Mitte kommt aber nicht mit guten Absichten. Das bedeutet, es ist noch nicht etwas, was ihr jetzt schon wahrnehmt. Aber es ist unterwegs etwas. Ihr bekommt eine Einladung zu einem Fest oder einem festlichen Anlass. Aber diese Absicht, diese Einladung, diese Reise ist nicht gut für euch. Jetzt schauen wir an, was verdrängt er. Was will er nicht sehen. Die erste Karte, das ist etwas, er messt seine Kräfte. Es sind auch Streitigkeiten. Die zweite Karte hier in die Mitte, was ich gerade zeige, ist langweilt ihm etwas. Aber das sind die Gewohnheiten oder die Finanzen, was er noch festhält. Und die dritte Karte wäre die Lösung. Hier ist eine Dame, wo ihr badet, bedeutet aber Reinigungsprozess. Und das kann auch bedeuten, dass er noch gebunden ist und bleibt noch oder hält fest in dieser Ehe wegen der Finanzen. Ihm langweilt das auch. Es gibt viel Streitigkeiten und er soll davon verabschieden. Er braucht eine Lösung und eine Veränderung. Die mittlere Karte ist eine Überraschung, Süßigkeit. Und diese Süßigkeit hat auch eine Botschaft. Und diese Botschaft bedeutet Freundschaften. Und diese Freundschaften helfen euch weiter. Schöne Freundschaften zu pflegen oder Freunde besuchen oder beschenken. Oder ihr bekommt einen Besuch und bekommt ein Geschenk. Und es ist auch gute Kontakte da, wo ihr auch vertrauen könnt. Trotzdem, in euren Seiten erscheint eine Einladung auf ein Fest, was nicht gut gemeint ist. Also auch vorsichtig sein. Ich fasse das mal zusammen. Ihr sollt momentan etwas mit klarem Verstand, mit Abstand betrachten. Eine Begegnung, ein Kontakt, ein Treffen ist zum Erwarten. Jetzt schon im Gegenwart. Es wird schön romantisch sein. Vielleicht in einer Abendstunde. Es sind auch die Romantik. Er verhandelt sich. Es handelt sich um berufliche oder finanzielle Situation. Er klärt etwas. Er befindet sich gerade in einer Übergangsphase, aber bewegt sich in eurer Richtung. Es ist zwar langsam, aber doch die Bewegung. Bei euch werden alten Wunden geheilt, kommt eine Veränderung. Ihr seid auch in einen Übergang und schon die Versöhnung oder das Zusammenkommen sichtbar. In dieser Richtung bewegt sich alles. In der Mitte dieser Süßigkeit vermittelt schöne Freundschaften, Unterstützung von Freunden. Trotzdem seid ihr vorsichtig, weil es kommt noch eine Einladung, was weniger gut ist. Er wird Entscheidungen treffen. Seine momentane Situation kränkt ihr. Entweder ist noch in einer Partnerschaft, was aus finanziellen Gründen noch festhält. Kann auch die Erinnerungen sein, dass er noch in diesen Erinnerungen pflegt und das soll er loslassen. Es bewegt sich und er wird nach Gefühl handeln. Und das sind diese Orakel, das ist die Botschaft, was diese Bilder vermitteln. Ich möchte euch noch die Ritualen empfehlen. Die kleinen Ritualen, natürlich gibt es auch große Rituale für Vollmond, Neumond. Aber ich empfehle euch die kleinen Ritualen dazu. Und jetzt hat sich das Bild verändert. Und das sind die Hilfsmittel für diese kleine Ritual. Und es passt ganz gut für diese Orakel. Ich empfehle erst mal, aufschreiben euren Wünsche. Und das ist dieser Pergament. Da könnt ihr euren Wünsche aufschreiben. Die rote Tinte und diese rote Feder, natürlich passt gut zu Liebe Partnerschaft. Diese Rosenquarzanhänger, diese beiden kleinen Anhänger, hilft auch, gibt euch Schutz und Kraft. Bringt alles im Gleichgewicht, in Harmonie. Und das ist gut für die Liebe. Dann ist auch wichtig, dass er Klarheit hat. Und das ist die blaue Kerze. Klare Entscheidungen. Oben diese Öl. Genau, diese Duftöl. Ist die Gefühle, die Nektar, die Liebe. Und mit diesem Öl könnt ihr diese Kerze einpinseln. Nur ein paar Tröpfchen, damit er nach Gefühl handelt und klare Entscheidungen trifft. Diese Klarheit gibt dieser Jasmin-Duft. Das ist diese Räucherstäbe. Das unterstützt auch die Ritual. Was euch betrifft, ich habe die silberfarbene Ritual Kerze gewählt. Weil Silber hat einen Bezug zum Mond. Und das ist die weibliche Energie. Hilft auch bei Veränderungen, auch bei Gefühlen. Und oben die Öl dazu. Das ist die Schutz auch. Und das könnt ihr natürlich auch mit diesem Anhänger auch. Dass ihr diesen Schutz dabei habt. Da habt ihr nicht nur die Rosenquarz, sondern auch diese Schutzduftöl. Und natürlich auch diese Räucherstäbe. Dazu, komm zu mir, heißt diese Räucherstäbe. Das unterstützt auch. Das sind die Hilfsmittel, was ich für dieses Ritual empfehle. Das befindet sich alles in meiner Webseite www.denderasusannamedici.com Und es ist auch wichtig, in welchem Zeitraum ihr dieses Ritual durchführt. Das kann ich euch astrologisch berechnen. Ihr könnt es als Blitzberatung buchen. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und ich vermittle natürlich blitzschnell auch diese Termine. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage oder pro Termin 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und auch in richtigen Tagen die Rituale durchführen. Auch sehr wichtig, damit es auch wirkt. Und hier sehen wir noch die Hilfsmittel. Es ist noch nicht alles in meiner Homepage hochgeladen, aber das kommt noch in die Tage. Auf jeden Fall könnt ihr dann ab sofort auch bestellen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.